Es geht um komplizierte Worte wie Meinungsfreiheit und Verfassungsänderung. Dass jetzt selbst die Kleinsten lernen, wie es in Ungarns Regierung zugeht, ärgert natürlich ihn hier, Regierungschef Viktor Orban. In Ungarn wäre das nicht möglich, dass im Kinderprogramm Lügen und unwahre Fakten verbreitet würden. Wenn das im ungarischen Fernsehen geschehe, würden die Verantwortlichen sofort rausfliegen. Orban wünscht sich viel mehr Propaganda. Wieder ein kompliziertes Wort, ist aber ganz einfach. Man erzählt einfach nur, wie supi alles ist. Genau so eben.